Es gibt sicher mal Leute im Umfeld, die sagen, die Pflege ist nicht das Richtige für dich. Ein gutes Beispiel dafür war mein Vater. Er dachte, ich wäre überfordert in dem Beruf. Er war selbst eine lange Zeit im Spital und sah, wie stressig das ist, wie viel Zeit und Kraft der Beruf braucht. Er hat mich schon ein wenig verunsichert, aber ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt mal. Er wollte auch nicht ganz, dass ich mit dem anderen Geschlecht so nahe aneinander bin, was ich auch komplett verstehen kann, weil wir auch aus einer anderen Kultur kommen. Aber jetzt hat er auch kein Problem damit und er sieht auch, wie glücklich ich in diesem Beruf bin.